Jetzt hätte ich auch manchmal das Gefühl, heute war nicht mein Tag. Ich hätte auch manchmal das Gefühl, dass man man hat viele Freunde, man hat Familie, man hat Bekannte. Aber in der Sekunde jetzt, man kann es nicht erklären, warum, aber man möchte lieber in sich sein. Man möchte alleine sein. Man möchte nicht, man möchte nicht in sich sein. Und das ist doch, man ist ja gut. Er ist alleine. Das ist doch, man möchte nicht in sich sein. Und das ist doch, man möchte nicht in sich sein. Wenn niemand ist dabei, will ich ja meine Stille stein. Um einmal nur allein zu sein. Einmal nur bei mir zu sein. Einmal nur zu leben, was ich bin. Eine Frage hat den Sinn. Ganz allein. Ganz allein. Mein Körper blutzt, fühlt die Müdigkeit. Wenn er explodiert, will ich wüten. Und da habe ich ja nicht, ich kann es nicht bevielfühlen. Nein, ich bin es nicht verliebt. Darum lebe ich einfach alles so verlieren. Ich bin es nicht verliebt. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020